Hiho und willkommen zurück meine lieben Strategiespiel- und Siedlerfreunde zu die Siedler 7. Ja, wir sind immer noch in der Special Mission, Gefahr an der Küste. Müssen jetzt Nodderdams sichern, indem wir da Reiter rekrutieren. Dafür bauen wir schon mal Lagerhäuser. Hätten hier Fisch. Was haben wir denn so in Nodderdams? Fleisch, Eisen, Fisch und Holz. Da wäre Fleisch. Gebäudeausbau fertiggestellt. Da wäre Eisen. Aber ja, Eisen haben wir mehr als genug. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Gebäude werden ausgebaut. Ja, die ganzen Lagerhäuser. Ein neuer Handelsaußenposten wurde erfolgreich von einem eurer Rivalen unter Kontrolle gebracht. Ja, und ich wollte mich ja in die Richtung entwickeln. 4, 2, 1 brauche ich dafür. Drei haben wir hier. Von denen, das brauche ich noch eins. Zwei von denen. Und einen von denen. Oh ja, nebenbei, unsere, äh, eine Schafszucht sieht nicht mehr so ganz gut aus. Weil hier zu wenig Wasser geholt wird, würde ich sagen. Äh, Jägerhütten haben gerade nichts mehr. Die Getreidescheune hat voll hier. Die Bratbacher haben gesagt, die noch er mit darf. Die Bratbacher haben gesagt, die noch er mit darf. Also, ja, und für die brauche ich Weizen, Wasser und jede Menge Gold. Einer eurer Mitspieler hat Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten erhalten. Also sollte ich mich ums Wasser hier kümmern. Und am besten auch um Weizen. So. Die gleich mal ausbauen. Dann können wir uns doch hier oben um Jagdwild kümmern. Weiterweise noch Holzbäume. Könnten wir auch ebenso gut hier drüben tun. Gebäudeausbau fertiggestellt. So. Holzbäume. Neuer Gebäude wurde ausgebaut. Dann holen wir uns mal hier die Handelsroute. Der ist auf dem Weg dahin. 4, 2, 1 brauchen wir wieder hier für. Und ja, ich mache immer die, das Ding über den falschen Reit dazu. 4, 2, 1. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Na, du solltest eigentlich immer produzieren, aber wir haben nicht genug Gold. So. Ein bisschen. Ah, hier sollten wir ein Kohleperkberg langsam mal. Ach, das steht schon auf Geh und Geh und Geh. Wir bräuchten noch ein Sektor. Eine neue Handelsoption ist verfügbar. Was wäre der hier dann? Euer Gebäude wurde ausgebaut. So, müssen wir noch warten, bis wir hier. Gebt acht. Einer eurer Widersacher hat einen neuen Handelsaußenposten. Gebäudeausbau fertiggestellt. So. Können wir gleich auch 2, 1 machen. So. Also, ich habe ihren Dank. So. 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 Oh ja, was wir machen könnten, was helfen dürfte hier, ist ein Baumeister zu errichten. So, die Handelsroute, wo ist eigentlich er gerade unterwegs? Ach, da oben. Das ist ja hier, hier und dann hier. Eine neue Handelsoption ist verfügbar. Ah ja, da kommt der Händler. Wie heißt eigentlich die dritte Stufe? Kaufmann. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ja, sehr gut. Dass die beiden Herren so viele Tropen haben. Also jedenfalls hier unser Admiral Munz-Kollege ist schon etwas einflüssig, furchterflüssig. Und er hat eine riesige Stadt. Und dich mal ausbauen und dich mal ausbauen. Gebäudeausbau fertiggestellt. Hier nehmen wir gleich mal die Ringe. 4, 2, 1. Machen wir als nächstes. 4, 2, 1. Ja, die sind halt noch gesperrt, die da. Aber wir können uns schon mal den Prestige-Bug freischalten, um die Kirchenausbau dann freizuschalten. So, das heißt... Ich hätte gerne mal 10 von diesen hier. Und eigentlich hätte ich auch gerne diesen Sektor. 15 Witz... So, Alt-Kaufmann mehr. Also ja, Eisen sollte nicht das Problem sein. Das ist dann eher das, äh, Gold. Dann macht ihr beide mal Geologie, bis wir ein bisschen mehr Gold in der Goldmine haben. Solange haben wir Gold, äh... Unterschuss... Können wir hier kein Gold... Können wir Gold erhandeln? Nein, wir haben nichts, um Gold erhandeln zu können. Also ich meine Gold erz. Das hat uns leider einer weggenommen, oder? Ja, da, Stoffe zu Gold erz hat uns einer weggenommen. Jetzt scheint er sich wirklich nicht mehr bewegen zu wollen. So, Bauhütte ist errichtet. Das heißt, ich kann in der Bauhütte gleich noch den Ausbau nicht mehr. Und unser erster Reiter ist im Spiel. Ja, wir müssen eigentlich immer noch an den Versorgungsposten Pater senden. Allerdings haben wir dafür nicht genug. Haben wir dafür keine Kirche. Ja, so klingt es besser. Ach ja. Försterei. Forste da drin. Holzfäller. Holzfäller da drin. Jäger. Jagen da drin. Du fällst hier Holz. Du försterst hier. Und da fährt unsere Händler noch los. Mit seinem Handelskarten für die Handelsroute. Ein neuer Handelskartenposten wurde erfolgreich von euren Kaufleuten errichtet. Fünf Geschäfte gleichzeitig. Wir haben 15 von denen. Also schließen wir fünf Geschäfte gleichzeitig. Ich habe das hinter 20 neue Goldpunzen. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Dann kommt hier noch ein Boden hin, wenn wir da mehr Wasser anschöpfen können als hier an der Hauptbüte. So was an Hauptbüten zu bauen ist sowieso immer eine doofe Idee. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ah, 3-1 bräuchten wir jetzt noch, bitte. So, da ist unser Händler, also unser Kaufmann ist unterwegs mit dem 15, um sie gegen Gold zu tauschen. Gebäudeausbau fertiggestellt. So, da ist unser Händler, also unser Händler.